Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Diablo 4. Zu Beginn etwas in eigener Sache. Ich bin hier gerade auf dem Pazifisten-Bab. Da kam gestern der zweite Teil raus. Wenn ihr den noch nicht geschaut habt, dann schaut auf jeden Fall mal rein. Ich habe Weltstufe 3 geschafft, da bin ich ja auch gerade. Und bin gerade auf der Journey zu Weltstufe 4. Und für alle, die das gesehen haben, ich habe heute im Stream auch ein bisschen weiter gespielt. Ihr seht ja, ich bin schon bei 55. Ich denke, das wird ein paar Tage länger dauern, bis Weltstufe 4 kommt. Und deswegen müsst ihr euch da ein bisschen gedulden, bis da der Teil 3 rauskommt, den ich auf jeden Fall noch machen will. Ich habe auch schon ein bisschen was im Paragon-Blog gemacht und ich habe auch schon ein paar Glyphen gefunden. Aber alles weitere seht ihr dann im Video dazu. Dann gab es ein paar neue Informationen. Blizzard ist teilweise endlich aus dem Urlaub zurück und hat Informationen einmal zu Diablo 3 rausgehauen. Am 7. endet Season 29. Da hatte ich ja auch schon vor ein paar Monaten mal reingeguckt und ein bisschen reingespielt. War ganz cool. Die Season endet am 7. Am 7. Januar. Und die neue Season startet am 12. Januar. Wenn ihr dazu mehr wissen wollt, ich werde euch einfach mal unten den Link reinposten zu den Patchnotes von Blizzard direkt. Das Ganze heißt Saison 30 The Lords of Hell. Hat also irgendwas wahrscheinlich mit der Hölle zu tun. Ich habe mich damit gar nicht auseinandergesetzt, weil ich selber ja Diablo 3 nicht aktiv spiele. Wollt es euch aber einmal hier mitteilen, falls es den einen oder anderen da draußen gibt, der da mal reingucken will. Am 7. wie gesagt Season 29 vorbei. Und am 12. beginnt Season 30. Und ich finde es krass, dass sie mittlerweile in Season 30 ist. Und ich frage mich teilweise echt, wie wird Diablo 4 aussehen, wenn wir mal in Season 30 sind in 10 Jahren. Wird auf jeden Fall eine ganz wilde Sache. Dann gab es zwei Tweets von Adam Fletcher bezüglich Season 3 von Diablo 4. Das ist ja für mich zumindest mal ein bisschen spannender. Und zwar wurde gefragt, ob es schon etwas gibt zum Campfire. Da bin ich ja davon ausgegangen, dass nächste Woche ein Campfire stattfinden wird. Dazu wurde aber gesagt, dass wir mehr dazu hören werden in den nächsten kommenden Wochen. Also Mehrzahl. Deswegen gehe ich mal stark davon aus, dass wir nicht nächste Woche ein Campfire stattfinden haben, sondern dann erst die Woche darauf. Und das wäre nur eine Woche vor Season 3. Ich kann es mir tatsächlich nicht vorstellen. Vielleicht ist auch mit Weeks diese Woche und dann nächste Woche gemeint. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist das auch einfach nur ein Tippfehler. Man weiß es nicht. Ich hoffe, dass wir dann nächste Woche schon neue Informationen finden. Aber neue Informationen zu bekommen. Aber aktuell sieht es so aus, als würden wir es erst in den nächsten Wochen, also vielleicht auch erst in zwei Wochen hören. Und darauf gab es dann auch die Frage, ob Season 3 eventuell gedelayed wird. Und da wurde ganz klipp und klar gesagt, nein. Aber ich bin immer noch fest davon überzeugt, dass genauso wie zu Season 30 von Diablo 3, wo ja ein paar Tage zwischen sind, dass es genauso sein wird mit der Season 3 in Diablo 4. Es ist schwierig, da mit den Zahlen klar zu kommen und nicht durcheinander zu kommen, dass da auch ein paar Tage zwischen sind. Da habe ich ja auch schon mal vor Wochen und Monaten ein Video dazu gemacht, dass wahrscheinlich Season 3 erst am Freitag starten wird, dass dann der 26. sein müsste. Um ehrlich zu sein, hoffe ich eigentlich nur, dass wir nicht wie beim letzten Mal mit dem Wechsel von Season 1 auf Season 2 so Probleme hatten, online zu kommen und dass der Patch dann oder das Update länger gedauert hat. Da hatten wir, glaube ich, eine Maintenance, eine Serverwartung von über zwei Stunden, wenn ich mich recht erinnere. Da haben wir echt jetzt zwei Stunden gewartet, bis wir endlich ins Spiel konnten. Das ist eigentlich das Einzige, was ich hoffe, dass das diesmal nicht so sein wird. Und auch wenn fünf Tage oder drei Tage dazwischen sind, dass dann, wenn es dann losgeht mit Season 3 um 19 Uhr am Freitag, dass da dann wirklich ohne Probleme jeder sich einloggen kann, wenn nur eine kleine Warteschlange haben, wo man relativ bugfrei reingehen kann. Aber wie die ganzen Diablo-Althase unter euch wahrscheinlich wieder in die Kommentare schreiben werden, es gibt kein Blizzard-Patch und keine neue Season ohne Probleme. Deswegen gehen wir immer stark davon aus, dass es wieder irgendwelche Probleme geben wird. Mehr habe ich aktuell tatsächlich nicht. Hoffen wir mal, dass wir nächste Woche vielleicht schon mal ein paar kleine Häppchen an neuen Informationen bekommen, vielleicht sogar schon vor dem Campfire. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, auf jeden Fall ein Follow da lassen. Ich werde euch versuchen, so schnell wie möglich da zu informieren und würde mich wie immer über ein Follow, wie gesagt, und über ein Like auf dem Video freuen. Ich sage bis zum nächsten Mal, haut rein.